Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4, euer Transec wie immer hier am Mic, wer auch sonst sollte hier sitzen an diesem schönen Stuhle oder auf diesem schönen Sessel und dieses tolle Spiel spielen hier und wir lassen uns jetzt erstmal wieder ab, wir müssen erstmal untersuchen was geht da unten ab mit dieser Statue, mit dieser kann man uns runter lassen, ich will mich ja nicht ganz runter lassen hier, ja ich lasse, ja genau, so machen wir das, ich gehe lieber sicher, rein da mit dir, so, dann müssten wir doch eigentlich hier auch wieder runter können äh, wie war das jetzt noch, doch, das müsste er eigentlich aushalten, ja, das hält er aus so, da ran und da, ja gehen wir jetzt wieder runter, so, wir wollen ihn ja nicht verletzen, ist doch ein bisschen tief, unten auch Stein das hält er aus voll für den Kopf gegen Stein gehauen das muss er ab können so, wir haben letztes Mal gesehen, unser Boot äh, ist in so und hier rutschen wir mal ganz schnittig runter durch den Schlick diese geniale Animation und wenn euch das ganze gefällt wie immer lasst doch bitte unbedingt ein leichter ganz wichtig wir sind ja nur ein ganz kleiner niedliches putziges kärchen kanal hier wir sind darauf angewiesen dass ihr euer däumchen auch regelmäßig drückt am besten natürlich nach oben wenn es euch nicht gefällt dann natürlich nach unten aber ich hoffe es gefällt euch so was sollen wir hier jetzt machen lieber bruder wir können hier nichts bewegen was war er denn da er geht erstmal schön baden hier eine runde oder was also letztes mal oben die kuppel aufgegangen und man konnte diesen stein hier sehen was ist mit diesem stein was hat das auf sich okay ich würde sagen wir untersuchen dann hier erstmal weiter es passiert ja so nicht weiter was hier geht es noch rein da schauen wir uns doch mal um eine kleine höhle genau sehr klein aber nichts zu entdecken hier also spektakulär ist das jetzt ja was hat er gucken wir gucken noch mal ins tagebuch rein ja was soll uns das jetzt sagen schauen euro das gleiche symbol keine ahnung es stimmt wieder irgendein rätsel wir können von da oben dieses ding sehen aber irgendwas lichtstrahl darauf fallen lassen oder so kann es nicht sein oder sind aber noch mehr gebäude da hinten ja das war es von dieser insel würde ich sagen schauen wir mal weiter und ich muss erst mal wieder sehen dass sie in dieses blöde boot reinkommen jo geht doch dieses mal auf anlieb ich habe richtig geparkt bist du drin ab geht's so zur nächsten insel so dann war mal gucken was uns hier erwartet möchte gerne noch ein paar schätze finden das ist ja bis jetzt aber kein weg nach oben oh ja und vor allen dingen kein l 1 dass sie irgendwas drücken kann hier das ist ja doof so weiter so ein sheet da komme ich auch nicht ran da oben ist bestimmt irgendwas hm ne mach doch nicht ist zu weit weg kann nix werfen hier hier ist ja wirklich gar nix ich fürchte wir müssen auf einer anderen seite ran komme hier ist ja auch so ein zeichen der ist ja am tauchen das ist so genial so nun geh hoch da da was machst du denn so geh hoch da so geht da jetzt nicht hoch nun spring doch hoch ich habe wieder so doof eingepackt hier mit dem boot macht er nicht aber von der seite geht es gar nicht ich komme nicht in mein boot ja gib mir mal einen hinweis folgen sie den stein feilen ja okay ich habe aber auch keine lust da hinzu schwimmen ich will da eigentlich mit dem boot hin so jetzt geht er rein ach von da aus geht das gut alles klar können wir los ja auf geht's so der steinfall zeigt eigentlich hier hin auf diesen felsen ja mach ich doch da ist noch einer okay wo ist der nächste ich sehe noch einen feil wo moment da war eben einer unter wasser wo zeigt er hin der zeigt in die richtung okay ist da noch ein feil wo ist das tricky wo ist der andere steinfeil da da ist einer der zeigt hier hin okay der zeigt da hin okay zeigt er jetzt nach rechts oder zeigt er wir gucken eigentlich zeigt er hier hin eigentlich zeigt er direkt gegen den felsen hier guck mal erstmal hier rein vielleicht ist das egal hier ist auf jeden fall was jawohl schön wow sieht das cool aus hier und da ist der fall wow das ist wirklich schön so da sollen wir jetzt bestimmt hoch springen oder was das ist ja das sehe ich auch so was ist mit dem großen feiler in der mitte der höhle da kann man klettern ja ja könnte klappen dazu muss hier unten aber irgendwas zum anfassen sein hier kann man auf jeden fall klettern da kommt aber von hier aus nicht ran hier kann ich mich hier auf die steine rauf stellen ne mach doch nicht wahrscheinlich muss ich vom boot aus darauf das geht ja gar nicht anders ich muss da mit dem boot ran schätze ich mal so mit dem boot ran wenn ich da jetzt hoch gehe kann auch schlecht sehen so war noch ein stück vor bleibt doch mal weiß ich ob das richtig ist so ok mal gucken ob das geht macht doch das macht doch tatsache das ist ziemlich cool das muss ich auch sagen dass ich auf die geniale idee gekommen bin und da hinten habe ich eben schon was aufblinken sehen haken oder sowas wow wie umständlich ne war ja eigentlich da hinten zum ausgang moment da oben geht das ja auch weiter da kommen wir aber gar nicht ran ne ich weiß jetzt gar nicht was das hier bringen soll dass wir hier jetzt ist aber irgendeinen sinn wird das schon haben dass wir hier jetzt lang so nun du mach du jawohl hier kommen wir jetzt gleich da kommen wir weiter ok du machst so weiter 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 er schon da oder was du bist ja du bist ja ein bro was machst du denn die so ich muss mich fallen lassen nein doch nicht runter was machst du denn schwachsinn Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bringen soll, dass wir da an diesem Ding hochklettern. So, okay, nochmal. Na! Geh rein da. Was hast du denn? Jawohl. Geh oben rauf, dann springen wir da jetzt so ran. Jawohl, geht doch. So. Da muss man... Das ist ja da im Weg. Das geht wohl nicht. Muss ich doch ganz rum, oder was? Okay. Nun, mach doch. Ich hab mich nämlich vorhin fallen lassen. Hallo, was machst du denn? Geh doch weiter. So. Vorhin fallen lassen. Dann ist da ins Wasser gefallen. Zum Glück bin ich nicht tot gewesen. Ja, ich denk mal da. Nun. Hoch. Ach, das ist falsch da. Ich muss da hoch. Oh, was für ein Aufwand. Das ist ja der Wahnsinn. Deswegen ging das nicht. Das ist gar nicht vorgesehen, dass wir da lang gehen. Boah, krasse Aktion. Hier ganz lang. Moment. Da ist jetzt der L1. Wow. Ist das krass. Boah. Das war knapp, mein Lieber. Mein Lieber Schwan. Das war knapp. Endlich. Wow. Das schauen wir uns nochmal eben an, bevor wir die Folge hier schon wieder beenden müssen. Mein Gott, die Zeit ist immer so schnell um hier. Platsch. Da kommen wir nicht hoch. Aber da kommen wir hoch. Boah. Wow. Das sieht schön aus. Na, müssen wir hier haupteingang ist mit Schutt versperrt. Brängen. Ja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiertlich an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herum bringen. Ach, wir können gar nicht sprengen. Wir müssen Weg hier rum finden. Alles klar. Wir haben gar nichts zum Sprengen. Da sehe ich was zum Klettern. Ja. Da kommen wir rein. Boah, ist das schön hier. Hier kommen wir durch. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Ohne alle. Hepp. Los. Okay, komm durch. Ja, aber wir hoffen, dass wir uns mit unserer Süßen wieder versöhnen das nächste Mal. Ziemlich viel heben und kriechen. Was? Die hat ja ganz schön geweint. Letzte Folge. Das bricht mir immer das Herz. Ja. So, hier klettern wir jetzt nochmal eben rum. Ich kann heute wieder nicht aufhören. Ja, das ist... Ich will unbedingt wissen, was da oben ist. Ich bin hier so neugierig. Wow. Hier könnte man jetzt so runter, aber das ist doch bestimmt nicht Sinn und Zweck. Noch keinen Schatz hier wieder gefunden. Das gibt es doch nicht, dass hier keine Schätze sind. Keine Ahnung. Ich hab alles so gut abgesucht. Hier haben sie das wohl gebaut. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Ganz genau. Ja, eine Seilbrücke. Da kommen wir nicht hoch. Wow, was für ein Ausblick. Ja, meine Lieben, mit diesen wunderschönen Bildern verlassen wir dieses wundervolle Spiel und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Da haben wir auch schon die Lösung gefunden. Hier können wir hochklettern. Na gut, okay. Machen wir nochmal eben. Räuberleiter. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Lässt du mir was runter jetzt wahrscheinlich. Wow. Zumindest können wir jetzt hoch. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Lass mal ein Stück von der Leiter runter. Sam. Sam. Bist du noch da? Gott verdammt. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Und die Folge ist leider zu Ende. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Aber auf der anderen Seite.